Jo! Willkommen zurück bei Si! Wir machen gleich weiter hier. Wir kommen hier im Blockaduum. In unserem Versteck. Und... ...soll ich es mal... ...instatt machen. Möchtest du dieses Film geben? Ja, ja, ja. Da möchte ich ihn. Ja, und ich hoffe, man hört draussen die Motorsagene und Meier nicht, weil... ...sie sind da am Bäum schneiden und... ...ja, ich hoffe, man hört das nicht. Oder wenn man es hört, dann nochmal ganz schwach. So. Es lädt und lädt. Please wait. Please wait. Wird geladen. Nicht die Schwermut. Dann das Leichtgewicht. Äh... Was ist das da? Aber du hast ja nicht mal dort fest, doch du. Ähh... 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 Oh, da hatte ich doch ein Biss. Dankeschön. Oh nein. Nein. Was kann das gewesen? Halt! Stehenbleiben! Jetzt hab ich dich! Bastard! Ganz schön ratiniert. Er ist nicht mehr da. Ja, ich hatte die Trockensetten, die ich auch schon gefühlt habe. Ich habe eine Familie! Oder hat doch irgendetwas geblinkt oder nicht? What? Was war das? Ah, da ist doch kein... EIN GOLDMÜNZER! Wahnsinn! Da ist... Da ist eine Bauerinwohnte. Auch die anderen dann nicht, mit einem galen Kopf, weil er mich gesehen hat. Ja! Eben! Da ist doch ein bisschen... EIN GOLDMÜNZER! Ah, ich muss noch mal gucken. 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 Oh oh. Wo sind wir da gelandet? Richte aufs. Wow... Haben die alle die gleiche Kasten? Nein, nicht ganz. Die kannst du aber nicht aufmachen. Da kommen wir auch durch. Was hast du fressen? Oh nein. Oh nein. Ja, genau so. Die haben wir hier, aber das ist nicht immer so. Was? 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 Was. Was? Die Stimme. Was? 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 Was ist die Stimme? der gestank hier ist wiederlich Neue Anreise. Es geht um die Winkel hier. Wir werden mal das geschnallt. Dann können wir es anschauen. Das ist ein Metall, wenn wir niemals sind. Wir haben einen Kanal von Osno. Was sind wir da? Bericht der Woche. Dokumente. Das ist ein Journal. Das ist ein Flachmann. Das ist ein Schubblatt. Das ist ein Schubblatt. Das ist ein Schubblatt. So, und da oben. Jetzt da unten noch ein bisschen mehr. Ah, Schlossknappen. Das haben wir da immer eher in Dappen setzen. Verdammt sind es. Oh je, fünf Stück. Oh. Oh man, sieht die Schiene. Das tut ja unten weh. Ja. Ist ja nicht Minen. Ei. Oh, ich hab Hunger. Ja, vielleicht kommt jetzt nicht gerade so eine Depp. Wo ist das Ding? Oh. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ich hoffe, die haben wir nicht hin. Der Depp hat ja zwei. Oder gar keine Bische. Oh. Was haben wir denn da? Bist ihr das bei uns? Ja. 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 Die Seite hier. Mein Gott. Da haben wir kein Schwert miteinander oder irgendetwas? Nein. Ich würde gerade meinen, das war es da hinten. Hier sehen wir nichts mehr. Hier kannst du nicht genießen. So bleibt es nur noch der Gang oben oder rüber. Ich brauche etwas zu trinken. Hier geht es ja nie weiter. Oh, ist da oben etwas? Ehe, natürlich. Ist da etwas? Ich habe noch einen Deckel gesehen. Ja, ich denke, das Zeug ist den Teil auch mega gut versteckt. Also, hauen wir wieder an. Dann müssen wir doch wieder ab. Jetzt müssen wir doch schnell eine Option erwähnen. Ich habe es jetzt über zwei Tage mehr gespielt. Und... Welche Taste ist was? Ach, ja. Nichts. F ist Fokus. F ist Fokus. F ist Fokus. Zwei... Zwei Müllmann oder der? Zwei. Zwei... 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 ja, es ist ja noch ein paar ja, bevor man hier hinein kann, ich mache es auch schnell an der Polizei und ... ja, ich sehe eine Wiese nachher nicht, bis da